Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über aktuelle Entwicklungen des Immobilienmarktes in den USA, dort vermehren sich die Anzeichen, dass uns bald die Mutter aller Immobilien-Crashs bevorsteht. Denn vor allem in den USA scheint sich die Situation immer weiter zu verschärfen, und vieles erinnert an den Mega-Crash aus 2007. Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt dran. Die Preise für Immobilien explodieren weltweit regelrecht. Das Wall Street Journal spricht vom verrücktesten Immobilienmarkt seit 2006. Immer mehr Experten warnen vor einem Mega-Crash. Die große Frage ist, wie lange kann das noch gut gehen? Der Verkauf von Immobilien erfolgt in Amerika so schnell, dass Makler teilweise den Überblick verlieren. In vielen Fällen spielt sich das Szenario inzwischen wie folgt ab. Eine Immobilie wird von den Maklern in Immobilienportalen inseriert, und Besichtigungstermine werden bereits direkt für die nächsten Tage geplant. Doch bevor nur ein einziger Besichtigungstermin stattfindet, wird die Immobilie verkauft. Käufer kontaktieren die Makler telefonisch, schlagen zu, und übermitteln innerhalb von Stunden alle notwendigen Unterlagen und weisen den angebotenen Kaufpreis an. Und das ganz ohne die Immobilie überhaupt gesehen zu haben. Und dies kommt nicht nur in Städten sondern in ganz Amerika vor. Noch nie gab es so viele Interessenten für Immobilien, und dementsprechend sind auch die Preise explodiert. So sind beispielsweise im ländlichen Idaho die Preise um 25 Prozent, oder auch in Stanford um 20 Prozent gestiegen. Das hat zur Folge, dass die durchschnittliche monatliche Hypothekenbelastung trotz der niedrigen Zinsen weiter steigt, da die Preise der Immobilien auch immer weiter abheben. Viele Interessenten haben immer mehr Probleme ein bezahlbares Eigenheim zu finden. Makler berichten davon, dass sie im April so viele Verträge wie zuletzt im Juni 2007 abgeschlossen hätten. Vieles spricht dafür, dass wir auf ein ähnliches Szenario wie in 2007 zusteuern. Der Volkswirt der Deutschen Bank Jim Raid untersuchte die Preisentwicklung der Immobilien im Zusammenhang mit der Inflationsrate. So stellte sich beispielsweise heraus, dass eine Immobilie bis 1999 unter Abzug der Inflationsrate genauso viel wie 100 Jahre zuvor kostete. Doch ab 1999 löste sich die Entwicklung der Immobilienpreise von der Inflationsrate und explodierte um 60 Prozent. Nach Einbruch von etwa 35 Prozent zu Zeiten der Immobilienkrise sind die Immobilienpreise wieder innerhalb kürzester Zeit gestiegen. Demnach gehen Experten davon aus, dass Immobilien in vielen Teilen Amerikas aktuell um 20 bis 30 Prozent überbewertet sind. Ferner weisen Experten auch darauf hin, dass es auch Unterschiede zur damaligen Immobilienkrise gibt. So haben Banken damals Kredite zum größten Teil an Menschen vergeben, die sich eigentlich gar kein Haus leisten konnten. Die Berner Zeitung berichtete hierzu. Zitat. Zudem bündelten die Institute die Darlehen zu großen Paketen, stückelten diese wieder und verkauften die Anteile als Wertpapiere an Finanzinvestoren in aller Welt weiter, solange bis am Ende niemand mehr wusste welche Ausfallrisiken wo versteckt waren. Diese Praxis gäbe es heute so nicht mehr, sagt Danielle Hale, Chefvolkswirtin des Branchendienstes Realtor.com. Die Regeln für die Kreditvergabe und die Risikoübernahme sind viel strikter als damals, und die Banken sind bei der Frage wem sie welches Darlehen gewähren viel konservativer. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. In der aktuellen Situation gibt es aber noch weitere Ursachen für den massiven Preisanstieg. So schätzen Experten zum Beispiel, dass bedingt durch die Immobilienkrise 2007 in den letzten Jahren deutlich weniger Eigenheime gebaut wurden, und nun die aktuelle Knappheit der Immobilien dadurch verstärkt wird. Auch kommt derzeit die Generation der Millenials hinzu, um sich Immobilien zu kaufen. Auch dadurch wird die Nachfrage weiter verstärkt. Aufgrund der niedrigen Zinsen entscheiden sich auch viele Amerikaner entweder eine größere Wohnung oder sogar eine Zweitwohnung zu suchen. Die Situation sei vor allem durch die Maßnahmen der Corona-Politik befeuert wurden. Aufgrund der Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Krise und der Aussicht weiterhin von zu Hause zu arbeiten tendieren immer mehr Amerikaner dazu. Das hat zur Folge, dass inzwischen die Preise selbst in schlecht angesehenen Gebieten steigen, da die Menschen immer größere Probleme bei der Suche nach Immobilien haben und auch Investoren ihre Gebiete verlagern müssen. Die Preisspirale wird also landesweit nach oben getrieben, erst recht weil sich Interessenten immer weiter überbieten, dadurch kommt es teilweise zu absurden Preisen. Die Berner Zeitung berichtet hierzu. Zitat. Maklerin McQueen verweist darauf, dass viele Interessenten derzeit mehr für Häuser zahlten als die Verkäufer verlangten. Diese überzogenen Abschlüsse werden die Referenzwerte für die Preise in einem halben Jahr sein, so McQueen. Oder anders ausgedrückt, die überzogenen Preise von heute, werden die von morgen zusätzlich befeuern. Hinzu kommt das Risiko steigender Leitzinsen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Eines der größten Probleme die Experten sehen, welche auch an die Kreditausfälle von 2007 erinnern, ist die Möglichkeit der Stundung von Kreditraten. Immerhin haben durch die Pandemie Millionen Kreditnehmer ihre Raten anteilig und in vielen Fällen komplett aussetzen dürfen. Das hat zur Folge, dass die Stundungsrate derzeit doppelt so hoch ist wie zur letzten Immobilienkrise. Sollte es in großer Anzahl zu Ausfällen der Zahlungen kommen, wo Kreditnehmer ihre Zahlungen nicht mehr bedienen können, steuern wir hier auf eine Katastrophe zu, die sich heute niemand auch nur annähernd ausmalen kann. Äußerst bedenklich ist auch, dass der amerikanische Immobilienmarkt im Prinzip nur ein Beispiel ist, denn weltweit können wir diese Entwicklung erkennen. Dies bestätigte auch die kürzlich veröffentlichte Studie der Organisation für ökonomische Entwicklung und Zusammenarbeit. Die Studie zeigt zum Beispiel auch, dass die Preise in Australien deutlich angestiegen sind. Chi Vestor berichtete hierzu. Zitat. Und sie warnt am Beispiel Australiens davor, dass ein Platzen der Blase die Wirtschaft des Landes in den Abgrund ziehen könnte. Nach Auffassung der OECD deutet die Verlangsamung des Preisanstiegs ein mögliches baldiges Platzen der Blase an, was auf eine derzeit extrem empfindliche Wirtschaft treffen würde. Die Folgen wären Kreditausfälle bei Banken, Einschränkungen des Konsums bei den privaten Haushalten und letztlich auch unvermeidliche Auswirkungen auf die australische Wirtschaft insgesamt. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Ähnlich sieht es auch in China aus, wo beispielsweise Wohnimmobilien um 40% gestiegen sind. Aus diesem Grund wird es immer gefährlicher, dass bei einer weiteren Verschärfung der Situation nicht nur der Immobilienmarkt in einem Land zusammenbricht, sondern dies am Ende schwerwiegende weltweite Auswirkungen haben wird. Und was denkt ihr? Steht uns die Mutter aller Immobiliencrashs bevor? Schreibt uns dazu eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 1 2 3 5